Heute war...morgen war ich auf Mallorca. War geil. Dann bin ich weiter nach New York gefahren. Und das ist mein geile Suite. Wie ihr gerade sehen konntet, hat sich Felix mit einem ziemlich falschen Gesicht und mit ziemlich falschen Bildern im Internet gezeigt. Aber auch wir, keine anerkannten Influencer, zeigen uns oft nur mit Filtern oder als photogene Menschen. Außerdem gibt es einen Unterschied zwischen eurem virtuellen Ich, auch bei keiner Schokoladenseite. Oftmals sind bei eurem realen Ich auch schlechte Dinge, die im Alltag passieren. Im virtuellen Ich werden nur gute Dinge gepostet, die in eurem Alltag passieren. Auf Wiedersehen! Bis zum nächsten Mal.